Hi Leute, hier ist wieder Christian und in diesem Video möchte ich euch meinen ersten Eindruck, aber auch meinen Hands-on vom soeben vorgestellten Honor 10 zeigen. Dabei möchte ich vor allem auf die grundlegenden Daten, aber auch auf das Design und die Kamera zu sprechen kommen, denn die steht auch bei diesem Modell besonders im Fokus. Schaut man sich das Honor 10 an, so kommen unweigerlich Erinnerungen an das Huawei P20 auf. Das ist auch in diesem Fall nicht verwunderlich, denn bekanntermaßen präsentiert Honor nur wenige Wochen nach dem Mutterkonzern ein fast identisches, dafür aber auch deutlich günstigeres Flaggschiff-Smartphone. Doch bevor ich auf die grundlegenden Daten zu sprechen komme, lasst uns erstmal die Preise und Verfügbarkeiten checken. Das Honor 10 wird es in insgesamt vier Farben geben, schwarz, silber und dem neuen Phantom Blau sowie Phantom Grün. Neben einem 64 GB Modell wird es das Honor 10 auch noch mit 128 GB geben, wobei Phantom Grün nur mit der größten Speicherkonfiguration erscheinen wird. Alle weiteren Farbversionen gibt es sowohl mit 64 als auch mit 128 GB. Die Preise belaufen sich auf 399 Euro für das kleine, respektive 449 Euro für das große Modell und sind ab dem 16. Mai verfügbar. Die Unterschiede zwischen einem Honor 10 und Huawei P20 liegen im Detail. So wurde das komplett aus Glas bestehende Honor 10 in vier Richtungen abgerundet, infolgedessen Honor auch von einem 3,5D-Glas-Design spricht. Vor allem beim Modell in Phantom Blau und Grün fallen starke Farbverläufe auf, die je nach Lichteinfall bis zu 36 Spektralfarben darstellen. Auf der Vorderseite sitzt das 5,84 Zoll große Display, das auch hier in Full HD Plus auflöst. Technik interessiert Wissen, dass es sich hier sehr wahrscheinlich um das LC-Display des Huawei P20 Lite handeln dürfte. Auch hier ist eine Notch im oberen Bereich zu finden, die auch in diesem Fall wieder ausgeblendet werden kann. Unterhalb des Displays sitzt dann eine der Besonderheiten, nämlich ein Fingerabdrucksensor, der mit Ultraschalltechnologie arbeitet. Selbiger ist somit komplett unter Glas, besitzt keine haptische Abgrenzung und kann laut Honor sogar mit nassen oder leicht verdreckten Fingern genutzt werden. Auf der rechten Seite das bekannte Button-Layout, oben ein zweites Mikrofon und Infrarotsender, links der Einschub für zwei SIM-Karten und auf der unteren Seite noch der USB-Typ-C-Port, Mikrofon für Telefonate, 3,5mm Klinkenbuchse und der einzige Lautsprecher. Auch beim Honor 10 ist es nicht möglich, den internen Speicher via MicroSD zu erweitern. Bei den technischen Daten kommt im Grunde genommen das zum Einsatz, was man auch schon vom P20 kennt. Kirin 970 Octa-Core, 4GB RAM, den bereits erwähnten Speicher, Bluetooth 4.2, NFC, WLAN-AC und natürlich auch LTE. Der Akku ist 3400 mAh groß, kann via Fast Charge innerhalb von 25 Minuten wieder mit 50% befüllt werden, dafür aber nicht Wireless-Charging-fähig. Kameras findet man ganze 3 beim Honor 10, also vorne und hinten. Eine 24 Megapixel Frontkamera, die dank Light Fusion-Technologie auch bei schlechten Bedingungen mehr Licht einfangen möchte. Auf der Rückseite sitzen dann noch eine 24 und 16 Megapixel Dual-Kamera. Beide Kameras haben Blenden von f1.8, wobei eine der Sensoren ein reiner Monochrom-Sensor ist. Das ganz große Thema ist auch hier AI, also Artificial Intelligence, die Möglichkeit, dass die Kameras Objekte vor der Linse erkennen und danach die Settings automatisch einstellen. Um AI zu aktivieren, muss lediglich der Button im oberen Bereich gedrückt werden. Im ersten Test wirkten dadurch die Farben gesättigter, das Blau des Himmels oder auch das Grün von Bäumen intensiver und der Dynamikumfang war höher. Ebenfalls an Bord ist der Bokeh- und Porträt-Modus, wobei letzterer nicht nur für einzelne Personen, sondern auch für eine Gruppe von Personen nutzbar ist und dabei einzelne Gesichter A sehr gut erkannte und B zufriedenstellend freistellte. Die Stabilisierung der Aufnahmen, wie zum Beispiel bei der Super-Nacht-Aufnahme, erfolgt hier nicht durch eine optische Stabilisierung, sondern nur mittels AI, wie man es auch schon vom Huawei P20 kennt. Beim Betriebssystem kommt Android 8.1 in Verbindung mit Emotion UI 8.1 zum Einsatz, also der letzte Schrei, den Honor und Huawei zu bieten haben. Damit ist das nicht nur die neueste, sondern aktuell auch schnellste Oberfläche, die auf Honor-Geräten zum Einsatz kommt. Hier kann in den Einstellungen nicht nur die Notch verborgen werden, auch die Navigationsleiste kann angepasst oder ein App-Draw aktiviert werden. Viele dieser Features und Daten sind bereits von Geräten des Mutterkonzerns bekannt, doch hier bringt Honor ein Smartphone zu einem absoluten Kampfpreis auf den Markt. Mit identischen Daten dürften es also ein Huawei P20 und vor allem auch ein Huawei P20 Lite so richtig schwer haben. Und damit bin ich auch schon am Ende meines ersten kurzen Eindrucks vom Honor 10 und bedanke mich, dass ihr dabei wart. Für weitere Videos, wie zum Beispiel das Unboxing des Honor 10 und Vergleiche mit Huawei Smartphones, abonniert doch einfach kostenlos meinen Kanal. Bis dahin, macht's gut und ciao!